so da sind wir und weiter geht es mit assassin greed odyssey ne ich habe mich gerade hier teleportieren lassen und zwar genau wir sind immer noch in phoekis und ich habe mich hier zum tempel des apollon teleportieren lassen denn ich dachte mir wenn wir schon mal wieder hier sind dann machen wir das alles mal klar schiff hier das bedeutet wir haben ja noch ein paar fragezeichen ja der plan ist jetzt wir sind jetzt da vorne der plan ist jetzt hier dieses fragezeichen mitzunehmen dann darüber dann das hier das haben wir ja schon mal gesehen das ist ja wie so eine statue sage ich meine da ist der kopf das sind die hände dass das bein dann machen wir das ja auch diesen unentdeckten ort dann hier rüber wieder den hügel hoch wieder runter zu diesem fragezeichen das ist jetzt der plan und genau wir starten direkt und wir gucken mal was wir alles so entdecken warte ich markiere schon mal hier so das hier schon unser erstes ziel 400 meter in diese richtung pfölkis dann leg mal los alexios malaka komm da kommst du runter ne da kommst du runter alexios hier im schönen pfölkis neuer historischer ort entdeckt liegt um von delphi siehst du haben wir das auch entdeckt oder ist wieder so so ein söldner ne kaum sind wir hier da kommt er direkt ja 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 ist immer eine reise wert sehr cool trotzdem müssen wir aber darunter das ist das schon was ist das irgendwie so eine residenz das ist irgendwie so ein leck sie aus du bist der killer äh was ist das gehen da mal gucken ne gibt es ja auch keine wege hier gibt nur wir passen die wachen sicher gut auf okay ist aber keiner drachmen das finde ich ja geil du willst da eigentlich irgendwo ganz anders hin und dann findest du hier sowas ähm warum denn warum denn alter macht ja voll scheine ne ja ich bin wirklich der hat mich vergiftet ne dafür stirbste dafür bist du gestorben suchen alexios alexios ist the best ein bogen der verschlechter ist jetzt habt ihr hier nichts da habt ihr so nen schatz ne aber es wird nicht angezeigt ne das ist dass man hier was einnehmen kann ich guck mal kurz äh das ist gar nichts markiert hm den will ich nicht aufheben das ist gar nicht auf der map markiert ne das ist eigentlich Ja, sonst ist ja alles markiert Egal, wir gehen jetzt weiter Ich kann mal einen Moment nehmen Heiligtum der Athena Ja Missionsziele Artisten Wachen ausschalten Eieieie, okay Schatz plündern Dürfen wir nicht rein? Doch Dürfen wir gar nicht Dürfen gar nicht da rein Oh, da ist schon eine Kultisten Wache Tja, hier haben wir es mit den Kultisten zu tun Kultisten Wachen Tja, ich weiß nicht, soll man das jetzt machen? Heiligtum der Athena Schatz plündern Äh, warte Also Erstmal abchecken, was hier überhaupt los ist Da sind wir Da ist eine Wache Ja, eigentlich habe ich jetzt überhaupt keine Lust, mich mit denen anzulegen Gerne weiter erkunden Guck mal, wie viele das sind Das ist der Befehlshauber Das ist der Befehlshauber Ah, da Oh, einer hat uns gesehen Warum? Oh, warte, ich wollte den nehmen Komm auch rein Der macht seine Runden hier Oh, ich bin ausgewichen Oh, das ist der Holt Wasser, meint er Oh, das ist der hier so Oh, die ist gut Oh, die ist gut Die macht voll den Schaden Bisschen mit Feuer Ich glaube, gegen eine sind die Dolche besser Nur wenn ich ein Mob bin Da kann ich dann das Ding hier nehmen Aber damit geht es auch Alle nix davon mit Äh, das wollte ich sehen Kultistenwachen Hier, den haben wir Das ist doch ein Rätsel Hier sind das also noch drei Leute Drei Kultistenwachen Da sind die zwei bestimmt Da hinten ist der dritte Der kommt uns schon entgegen Was macht der da? Der legt sich da hin Der legt sich schlafen Das ist unsere Chance Können wir dann Vielleicht so ein heimlich Kill machen Die anderen sind da hinten Die sehen das Koffe mich gar nicht Was denn? Ist doch nichts passiert Ich kann mich den ja auch so mal Ein bisschen überraschen So habe ich mir das vorgestellt Jetzt ist noch einer da hinten Da ist der andere Schatz Sehr gut Wie viel Welt gibt es mitzusehen Die Selfie Ah, eine Bronzenstatue Okay, da haben wir gesagt Die machen wir nicht Uh, was haben wir da jetzt gekriegt? Warte Inventar Und hier war das doch, ne? Wir sind ja Stufe 32 schon 340, das können wir doch tragen Genau, das habe ich doch gar nicht gecheckt 273 tragen wir Und wir könnten 340 Mit Werkkampfschaden Attentatsschaden 12% Der sieht auch krass aus, ne? Aber der Der haut hier alles weg Okay Ich muss das gleich mal checken Ich bin doch gerade in der Mission drin, ne? Ja, Schaden Okay, das ist gut Gesamtrüstungswert Die sind beide gut Ich lasse die mal an Äh, warte Ich mache das erstmal zu Ende hier Genau Ich mache das erstmal zu Ende Das bedeutet Wir haben jetzt nur noch den einen, ne? Dann haben wir die auch alle Dann haben wir diesen Ort quasi erledigt Das steht da hinten Den können wir sicher auch mal so überraschen Das klingt ja jetzt besser, wie ich dachte Echt Oh, der brennt Ich war das nicht Okay, der hat sich die Fackel da liegen gelassen Den nehmen wir mit, ne? Sehr cool Wir haben den Ort Yes Gab es da noch was? Nö, ist verschlossen Oder war das vielleicht von hier? Nein Da sind die Eingänge beide vorne Was? Sind beide verschlossen? Man kann da nirgends wo rein Du-du-du-du-du Na gut Dann haben wir das Und ich würde mal sagen Hier gibt es dann noch so einen kleinen Händler Dann gehen wir vielleicht mal einfach weiter, ne? Was ist das hier für ein Alter? Du-du-du-du-du-du So, jetzt müssen wir wieder den Hügel hoch Das ist unsers Eingenommen Da gab es noch was Tolles, ne? Irgendwas Tolles gab es da Tolles Pferde Sieht ja echt krass aus Mit dem Schädel So, die machen hier Picknick Und wir Warten jetzt Eigentlich nicht 78 Meter Da oben irgendwo Äh Ich kletter mal Vorsicht, sauber Kletter das hier mal Kurz mal hoch Einfach mal so Für die Übersicht, ne? Holzbau Ja Mit dem Wölfen zu tun? Das war das Fragezeichen? Aha Dann gucken wir uns das mal an Einfach Tier legen Wo ist das jetzt? Bestimmt da unten, ne? Ja Ich denke mal schon Gut, äh Da wäre Ein fetter, ne? Äh Kurz mal Hier so was machen Wir versuchen das mal Mit den Dölchen, ne? Okay Weg vom Feuer Jetzt brenne ich hier Wieso? Macht das aus? Das ging ja auch gut Das ging auch sehr, sehr gut Und es gibt noch Eine Wolfshöhle Da sind ja noch mehr Wölfe Was? Kultistenin weiß in der Nähe Wie hier in der Höhle? Ja, guck mal Warte Hier Hier machen wir das ohne Feuer Und bei dir auch Sehr gut Die waren jetzt nicht so hart Wie jetzt der Ewa letztens, ne? Genau Testen Aha So ist Tagebuch Suchen Dieses lohnt sich überall hinzugehen Sich alles anzugucken Aha Versteck in einer Pärenhöhle In Marlies Wir herrschen mit Chaos Und zerstören Was sich uns in den Weg stellt Okay Eigentlich wird das jetzt hier so angezeigt, ne? Aber Wo ist denn Marlies? Marlies? Hier muss das Boss Wo ist denn Marlies? Marlies? Hier muss Delos Da ist Marlies Was? Da ist der Kultistenin weiß Oh Das ist ja die nächste Tour, die wir machen Denn wir machen hier den Norden hier ja auch Zufälligerweise gehen wir da in diese Richtung Da gibt es auch noch ein paar Fragezeichen Aber wir machen jetzt erstmal weiter hier zum nächsten Fragezeichen Sehr gut Da kommt jetzt Diese Statue dran Der Wolfsbau Sehr nice Haben wir den auch Du hast mir schon alles gegeben Was du hattest Oh, guck mal Da ist die Statue Was? Ich springe unter Alexios Was ist das? Ist das so eine Mine oder so? Hm Wir gehen mal gucken Was da unten ist, ne? Und der war am Pennen Da gab mal der Titius Da darf ich auch nicht räumen Ich möchte aber nur gucken Es wäre nicht klug Titius zu huldigen Schließlich zog er den Zorn des Zeus und der anderen Götter auf sich Hm Vier Wachen, ne? Da soll er wieder zurück gehen Oh, der geht Jetzt geht der andere wieder zurück Oh, das ist etwas größer Na, guck mal da hinten Geht es auch noch rein, ne? Was ist das denn hier? Guck mal wie das aussieht Guck mal Was sehe ich hier jetzt erst? Ha So, sollen wir die mal frontal angreifen jetzt, meinst du? Warte, was gibt es hier? Oder tun wir schon mal? Okay, die antike Tafel So War das schon ganz gut Äh, da Keine Ahnung Okay, die haben beide Schilder, ne? Die haben beide ein Schild Ja Komm, ich Ich bringe dir die bei Ach, da ist noch einer Jetzt kommt der Ah, der legt sich wieder schlafen Sehr gut Das passt ja Oh nein, jetzt habe ich ihn wieder Wach gepfiffen Oh nein, jetzt kommt der Alles schön in die Ecke gesammelt Und Wanner Nein Oh, wieso siehst du mich jetzt? Nein, ich wollte dich auch Heimlich killen Nein, das Alter, jetzt macht er wieder Faxen Ja Hä, wieso habe ich denn Warte Der brennt schon Sehr gut Der wartet Das ist auch sehr höflich Oh, nein Ey, was ist denn los? Ich kriege hier voll den Schaden Du wirst schon auch lernen Wie man stirbt Du wirst schon lernen Wie man stirbt Meint er Komm mal her Gib mal her Dein Schild Du bist auch erst mal weg Warte, wir machen das anders Wir machen das so Ich würde mal sagen Es ist ganz gut gelaufen Was willst du? Gar nichts Erst mal gehe ich jetzt hier mal gucken Ne, den brauche ich nicht looten Den hier Es gibt hier noch einen Schatz Ne Das nehmen wir alles mit Hier Tja, nur noch einen Schatz Dann haben wir diesen Ort Auch noch Aber dann gehen wir gleich Auch nochmal hoch Irgendwie Hier geht es noch weiter Dann haben wir diesen Ort auch noch Ort abgeschlossen Tja, liegt ja echt hier So eine Warte Das ist eigentlich der Cop Der Cop, der muss doch irgendwo da Da sein Ah, so kannst du aber mit Licht klettern Sehr gut, Alexios Das sieht schon cool aus Irgendwie Sehr nice Okay, weiter geht es Würde ich sagen Da jetzt den Berg hoch Hier haben wir gesagt Zack Das ist das nächste Ziel Wir klappern das alles ab Ja, das ist zu hoch Jetzt für dich, ne Warte Dann machen wir das mal so Uh Voll mit dem Gesicht Uh, da hoch soll ich, ey Uh, weia Was Ah, ein wildes Tier Drogen auf dem Hügel Okay Das wird ja wieder so eine Kletterpartie Hier, ne Ist hier da irgendwie Kein Weg Mitten in der Nacht Das hat Alexios Nichts besseres zu tun Hier Als diese Felsen zu erklimmen Komm mal Alexios Wir sind gleich da Was erwartet uns da oben Hinter diesem Fragezeichen Das ist die Frage Komm Alexios Es muss sich lohnen Komm Das letzte Stück Kurze Verschnaufpause Jägers Rast Aha Neuer Ortindex Was ist denn Jägers Rast Ist das hier so ein Jägerlager Ich hab schon mal Holz Anführerin Achso Da sind diese Okay Dann mach das mal nicht Alexios Ja Das sehen wir aber auch jetzt in der nächsten Folge Ne Deswegen sag ich danke Und bis zum nächsten Mal Bye bye Äh Tschö